Mit mir, Sebastian Krummwegl. Ja, ihr müsst euch noch ein kleines bisschen gedulden, liebe Leute. Die Art kommt jeden Moment. Marc Carlos hat mich gefragt, ob ich heute an diesem Tag ein Lied singen möchte. Ich bin ein, auch wenn das vielleicht einige nicht glauben, ein Art-Fan der ersten Stunde. Ich war damals in der Thomas-Schule hier in Leipzig und habe dort einen Typen auf dem Schulhof kennengelernt, der schon durch sein Äußeres extrem auffiel. Vielleicht sagt der Name dem einen oder anderen was, Christoph Heinemann, der erste Bassgitarrist damals noch von Zucht und die Art. Und der hat mich doch sehr beeindruckt und hat mich am Ende auch ein bisschen auf den Weg geschickt, auf den ich gegangen bin dann. Aber ihr wollt keine Laberei hören, ihr wollt Musik hören. Mein Ständchen zu 25 Jahre, die Art. Musik Wenn schlagen an die Mole, Mädchen steht allein und winkt, am Horizont ein weißes Segel. Musik Sie wird warten, sie wird hoffen, hoffen auf ihr Liebesglück. Sie wird warten, sie wird hoffen, doch er kann nie mehr zurück. Musik Am Finger ist ein Ring geblieben, damit sie immer an ihn denkt. Musik Sie wird hoffen, sie wird hoffen, sie wird hoffen, doch er kommt nie mehr zurück. Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Musik Vielen Dank. Und jetzt viel Spaß mit dem Applaus.